willkommen zu einem neuen beitrag und damit willkommen zu einem weiteren der täglichen notstandsvideos in der zeit der verschärften vorschriften überraschung wie ihr seht habe ich es uns ein bisschen gemütlich gemacht wir befinden uns heute nämlich nicht im streng geheimen mythenmetzgerversteck sondern in der mythenhütte und das ganze hat auch einen grund sowie angekündigt da gab es gestern am 19 11 kein video das lag daran dass ich extrem viel zu tun hatte und ich habe es dann noch nicht einmal geschafft für heute etwas vorzubereiten da habe ich gedacht wir gehen einfach in die mythenhütte ich mache ein schönes feuerchen an und gibt euch dann ein bisschen wein mit etwas betäubungsmittel darin damit hier nicht allzu viel herum geschimpft wird es ist ja nicht so dass ich komplett hilflos wäre in so einer situation es gibt ja noch so etwas wie die kleineren meldungen die kann man ja dann auch mal besprechen also mit anderen worten wir quatschen heute etwas rum über mythen mystery und merkwürdige berichte ja mit so einem merkwürdigen berichter fangen wir dann heute auch gleich an ich nehme mal an ihr habt hunger und da habe ich mir gedacht mensch gibt im moment ein gutes angebot aus einem labor da habe ich mal so einen riesen braten gekauft den klatsch ich jetzt mal in den ofen und ich gehe mal davon aus dass er alle etwas mit essen wollt so und damit das ganze nicht so lange dauert da habe ich den braten auch schon ein bisschen vorbereitet und hier ist er sieht ja nicht gut aus absolute punkt landung sensationell gelungen liebe veganer und vegetarier an euch habe ich natürlich auch gedacht da hinten in der ecke da ist die salat theke und da gibt es dann so diesen fleisch ersatz schmeckt alles ganz gut aber jetzt hier ihr fleisch esser jetzt langt mal tüchtig zu obwohl ich da noch eine kleinigkeit vielleicht erzählen sollte über das fleisch das sieht zwar knusprig und lecker aus aber ich fürchte ich muss euch da sagen dass das menschenfleisch ist also im weitesten sinne denn da gibt es jetzt ein labor die haben ein kit entwickelt und mit diesem kit da könnt ihr euer eigenes fleisch produzieren und zwar macht ihr da wangen abstriche bei euch oder bei oma oder bei egal wem auch immer und streicht so diese wangenzellen ab danach kommt das ganze in abgelaufenes blut das ihr euch im krankenhaus besorgt habt und in eine nährflüssigkeit und daraus entsteht dann fleisch ja wie ihr seht das hier ist die meldung das war jetzt hier auf fox news aber ihr findet das auch wirklich auf anderen nachrichtenportalen dieses labor die haben das tatsächlich entwickelt und die sagen das ist kein kannibalismus das entsteht aus menschlichen zellen aus blut kann auch rinder blut kann aber auch menschen blut sein und dieser nährflüssigkeit und ja das kann man dann essen und das wäre kein kannibalismus dann ist ja lauter entwickler das ganze erst einmal eine sache die man machen könnte die aber tatsächlich im moment noch nicht verkauft wird es ginge auch ein bisschen darum aufgrund dieser meldung vielleicht einmal sich ins bewusstsein zu rücken was wir da alles so an fleisch verdrücken und ob das alles so richtig ist es gibt da nur einen kleinen umstand der dabei beachtet werden sollte es gibt schon einen namen für dieses fleisch und der heißt auroboros und es gibt schon etwas womit verkaufte einheiten dann sozusagen erkennbar gemacht werden sollen das ist dieses zeichen das soll sich dann auf den verpackungen oder dieser zuchteinheiten befinden aber eben auch auf fertig produziertem fleisch der marktwert dieser sache der wird bis zum jahr 2030 auf 525 millionen dollar geschätzt das lässt sich dann wohl die lebensmittelindustrie nicht so leicht entgehen wenn er also in ein paar jahren durch den supermarkt schlendert und da ein sehr preiswertes fleisch angebot findet dass dann dieses zeichen auf der verpackung hat dann ist das kein schlangenfleisch nein dann ist ihr fleisch das aus den wangen zellen und abgelaufenen blut irgend eines menschen gezüchtet wurde ja und ich habe jetzt hier dieses muster bekommen damit ich da auch weiß worüber ich rede bei diesem bericht wem darf ich denn jetzt zuerst was geben in Irland da hat es jetzt ein gerichtsurteil gegeben ich kann euch sagen also da weiß man gar nicht was man davon halten soll auf der einen seite ist die begründung des richters für das urteil um es mal mit mr spock zu sagen faszinierend aber in bezug auf den fall vielleicht nicht unbedingt so ihr werdet sicher gleich verstehen wie ich das meine da wurde ein mann freigesprochen der zuvor von seiner ex-frau verklagt worden war die hat jede menge blauer flecke und schnitte und blutergüsse und sowas gehabt und die hat gesagt das war ihr mann der mann der sagte nein das war ich nicht meine frau ist seit jahren von dämonen besessen und fügt sich diese verletzungen selber zu und zwar immer dann wenn die dämonen besitz von ihr ergreifen da fliegen dann sachen durch die wohnung möbel bewegen sich es rappelt und klört an allen ecken und enden vor gericht trat dann eine zeugin auf das war ein medium und diese frau also dieses medium das war vor langem schon von dem ehepaar zur hilfe gerufen worden und die sagte dass sie so etwas wie bei dieser frau noch nie erlebt hätte diese frau die wäre während ihrer anfälle überhaupt nicht mehr ansprechbar gewesen sie hätte da gelegen vollkommen versteift und hätte merkwürdige geräusche von sich gegeben und es hätten sich sachen bewegt und all solche dinge und sie selbst sei zeugin davon geworden dass einige dieser dinge die dort herumflogen diese frau getroffen hätte oder dass sie selbst sich diese kratzer und so weiter zugeführt hätte das licht in der wohnung hätte angefangen zu flackern und die frau hätte plötzlich damit begonnen latein zu reden obwohl sie diese sprache gar nicht beherrsche sie hätte alle anzeichen für eine dämonische besessenheit gehabt ja was soll ich euch sagen der mann der wurde freigesprochen und die urteilsbegründung des richters die lautete wie folgt der staat hat es bisher versäumt sich um die erforschung dieser übernatürlichen dinge zu kümmern daher kann er aufgrund der zeugenaussagen nicht ausschließen dass es diese dinge gibt und damit wurde der mann freigesprochen meines erachtens gäbe es natürlich noch die möglichkeit dass die frau unter etwas in der richtung wie epilepsie gelitten hätte aber das kam da wohl nicht zur sprache ob es nun der mann war oder nicht das kann ich ja natürlich auch nicht sagen aber das urteil an sich das finde ich schon bemerkenswert aber in diesem fall ist es vielleicht nicht so gut untergebracht und ich stelle mir gerade so vor was los gewesen wäre wenn hier jemand so ein urteil gesprochen hätte es ist noch nicht so lange her da habe ich in einem kanadischen forum einen mittelschweren lachanfall bekommen das war einfach zu herrlich was da passiert ist und was da passiert ist das zeigt wie solche dinge im allgemeinen von gewissen menschen so gehandhabt und verbreitet werden obwohl ich muss zugeben im ersten moment wenn ich so etwas auf einer deutschen regierungsseite gelesen hätte hätte ich mich erst auch einmal schwer gewundert folgendes ist passiert auf einer kanadischen regierungsseite für materialbeschaffung da hat die regierung eine anzeige aufgegeben und um angebote für ein bestimmtes produkt gebeten und zwar für die rotinen ja ihr habt richtig gehört die kanadische regierung bat um angebote für hydraulische die rotinen da könnt ihr euch sicher vorstellen wie da der punk in den foren abgegangen ist und natürlich 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 waren dann auch diejenigen dabei die einen kannten dessen onkel einen neffen hat dem seine tante bei der regierung arbeitet und die hat nur ultra 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 geheime information an ihn weitergegeben dass die kanadische regierung vorhat ihre leute da den kopf kürzer zu machen und das wissen die ganz genau und da gibt es auch überhaupt kein vertun drin und überhaupt der staat plant die kanadische bevölkerung zu dezimieren und jeder das jetzt nicht glaubt der ist ein schlafschaf und lebt in einer traumwelt ist ein systemling hängt am tropf vom staat oder sonst irgendetwas in dieser richtung ihr kennt ja diese kommentare kommen in diese diskussion los da wurde das ganze dann auch an die entsprechenden regierungsstellen weitergegeben und die haben dann sofort reagiert und etwas darüber veröffentlicht zunächst einfach nur eine notiz über dieser website vielleicht war der administrator krank ich weiß es nicht da stand dann drin dass die regierung natürlich nicht plant guillotine zu kaufen um die kanadier da einen kopf kürzer zu machen es hat ja wohl eher ein problem mit der textverarbeitung gegeben und das ist dann so schnell niemanden aufgefallen der ganze post wurde dann aber geändert und das richtige produkt wurde dann gesucht und ihr könnt ja sehen es ging um wie trauliche papierschneider wie daraus nun das wort guillotine entstanden sein könnte das weiß man nicht so genau man geht von einem fehler in der textverarbeitung aus die administratoren die sagen dass sie das auf gar keinen fall waren weil das die wahrscheinlich dann den job kosten würde scherz oder fehler in der textverarbeitung man weiß es nicht der witz ist aber dann in den foren dass dann wieder welche ganz genau wissen dass das jetzt nur eine ablenkung vom staat ist und dass die diese guillotine ja doch kaufen und jetzt nur so getan wird als hätten die papierschneider gemeint und auch das wissen die natürlich aus ultra ultra geheimer quelle und ganz viele nicken und sagen ja das glauben wir auch natürlich wenn man ein volk dezimieren will da kauft man sich da so 50 guillotine und sagt bitte alle mal hinten anstellen so wird das wohl sein es gibt ja keine andere möglichkeit für den fall dass es mal wieder geht habt ihr da eigentlich irgendeine planung für den urlaub solltet ihr mit einer kreuzfahrt liebäugeln dann möchte ich euch das jetzt ein bisschen verderben es gibt eine neue studie und diese studie die hat sich damit befasst was denn so mit den menschen passiert die auf kreuzfahrten so alle verschwinden im jahr gehen auf kreuzfahrten so um die 24 menschen verloren und wer jetzt denkt dass die alle freiwillig über bord springen oder versehentlich über bord fallen der liegt da ein bisschen falsch ein ermittler der für derartige fälle zuständig ist er hat nämlich jetzt gesagt 24 menschen gehen weltweit jahr für jahr über bord jeder dritte fall könnte kriminell motiviert sein er beschreibt das hier wie ihr lesen könnt als eldorado für mordgetriebene das liegt zum großen teil auch daran dass man sich um die entsorgung der opfer dann nicht allzu viele gedanken machen muss einmal über die reling und tschüss es gibt zwar kameras die den außenbereich der schiffe filmen aber die erfassen eben auch nicht jeden winkel und diese herrschaften die da ihrem hobby nachgehen die wissen wo die toten winkel auf so einem schiff sind also denkt an meine lieben wenn ihr eine kreuzfahrt macht da immer schön dastehen wo die kameras sind ja ich denke ich gehe jetzt mal ins wochenende und ich hoffe wir werden dann montag wieder voneinander hören denn da geht es dann weiter mit den täglichen videos und ich hoffe mal dass das reale leben wir da keinen strich durch die rechnung macht dann klappt das auch wobei meine lieben ich jetzt hier einmal etwas festhalten möchte diese täglichen videos die habe ich ja angekündigt für die zeit dieser neuen verschärften regelungen und die sollten jetzt erst einmal bis ende november gehen sollte das ganze verlängert werden da muss ich dann schauen ob ich das dann noch weiter mache oder wieder zu den drei videos in der woche zurückkehre das kann ich jetzt noch nicht sagen das ganze ist auf jeden fall ein ganzer schlacken arbeit so jeden tag ein video zu machen aber schauen wir mal wie es laufen wird ich wünsche euch jetzt auf jeden fall erstmal ein schönes wochenende benehmt euch tut nichts was ich nicht auch tun würde und das ist schon eine ganze menge und wenn ihr nicht wisst was er tun soll dann besucht doch mal unsere website mysterybande.de da gibt es immer wieder videos die ihr hier nicht sehen könnt oder auch aus verschiedenen gründen schon lange zeit nicht mehr sehen konntet und wenn ihr nicht sicher seid dass ihr alle täglichen videos gesehen habt dann schaut man in die video beschreibung da habe ich die alle aufgelistet und wenn ihr dieses video hier als information ok fandet dann lasst mir mal einen daumen nach oben da ihr wisst dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich wir hören und sehen uns bei meinem nächsten video wieder und bis dahin alles gute für euch und bis dahin alles gut